Am besten gefallen hat mir im Rüspark während meiner Ausbildung, dass ich viele verschiedene Facetten gesehen habe, so wie Demenzerkrankungen und Gerontopsychiatrie. Dann bin ich auch sehr gut von meinen verschiedenen Berufsbildnern unterstützt worden. Sehr gut am Rüspark ist auch noch, dass er jeden Monat Lerntage für die Lernenden anbietet. Dort ist die Berufsbildnerin den ganzen Tag für einen da. Das Beste hat mir gefallen, die abwechslungsreiche. Wir durften Stationen wechseln, so konnte ich auch verschiedene Krankheitsbilder sehen und auch mit verschiedenen Teams zusammen arbeiten. Ich werde im Rüspark weiterarbeiten. Auch die HF-Schule werde ich hier im Rüspark anfangen, da ich jetzt schon AGS und FAGE gemacht habe hier und ich dabei sehr gut unterstützt worden bin. Ich würde den Rüspark für alle empfehlen, die gerne in der Pflege arbeiten, weil Rüspark unterstützt die Lehrlinge wirklich sehr und man kann immer zu Berufsbildnern gehen oder zum Team, wenn man Fragen hat. zum Beispiel